Nach einem Drill oder Hänger muss man die Vorfachspitze immer überprüfen, ob sie irgendwie beschädigt wurde. Anschließend sollte die Fliege von Fischleim gereinigt werden. Das macht man am besten mit der Rute. Und zwar klatscht man sie ein paar Mal, wie hier, richtig aufs Wasser und dann ist der Fischleim draußen. Damit sie dann wieder schwimmt, macht man einige schnelle Luftwürfe, wodurch man die Fliege wieder wunderbar trocken bekommt und sie wieder hervorragend schwimmt. Und jetzt sind wir wieder einsatzbereit.